heute was geht ab leute wir gucken am Start auf dem Weg nach Oberhausen erster Stop war schon echt zäh die Reise viele Staus Baustellen uns das hier gegönnt schauen wir mal keine Stärkung und dann sehen wir uns wahrscheinlich in Oberhausen in 200 km rechts auf kein Problem so fast angekommen das war echt eine heftige Fahrt ich glaube so über 2 Stunden im Verzug wie ein ganzer Stau das war echt schlimm jetzt wird es spannend ich habe euch gesagt wir pennen bei einem Fan Zuschauer hat er uns angeboten Kogai war nicht so begeistert am Anfang aber ich konnte ihn überreden schauen wir mal das wird echt spannend hier das wird echt spannend hier zuerst sah es hier noch guselig aus nur Wald aber jetzt sind wir langsam in die Stadt oh mein Gott nur dunkel schon sogar die Kamera schreit man ja ok jetzt geht es schon geht es schon keine Angst Leute so heil angekommen den Zuschauer auch getroffen und abgecheckt wo er wohnt also er hat uns hier zu einem Parkplatz geführt jetzt geht es zu ihm ist schon spät also zum Centro fahren wir nicht mehr und die Module und Stops sind dort eh nicht mehr aktiv also die sieht man gar nicht mehr die haben schon alles vorbegehalten für morgen aber vielleicht gehen wir hier ein paar Gründen machen eine kleine Arena Tour schauen wir mal ja eine schon oder ich hab nur eine dabei oder ja sicher sicher ich komm mal mit ich hab immer ne dünne wir sind kurz unsere Jacken holen nur damit er bescheuert ist er wirklich gut abgehauen oder was er hat uns gar nicht gehört der Dusch ich werde das ganz kurz so das geht schon wirklich das ist auch krass weil er allein spricht das ist auch nicht gut geschlossen das geht schon also die Uhr hat mich schon gestört du hast gestört der hat sich gestört aus ich hab mir Zeit lang überlegt was passiert euch aber nicht sehr, sehr müde echt, ja aber auch nicht so schön so, nächster Morgen ganz gut überstanden der Zuschauer war echt sehr nett sehr gastfreundlich hat uns Handtücher hingelegt sogar was zu trinken kümmert sich sehr gut um uns gestern auch noch ein paar unten hier gedreht hat uns sein Gebiet gezeigt dann sind seine Freunde gekommen seine Crew das geht schon Game of Thrones Zuschauer dann hat Kokain direkt lieb gewonnen jetzt ist es halb sechs wir sind um fünf aufgestanden wir wollen so ungefähr um sechs los dann sind wir kurz nach sieben oder so da dann schauen wir mal ich wurde auch direkt in eine Top-Scan Gruppe hinzugefügt von den Jungs Andi und Pascal ihr kennt sie aus meinem Level 40 Video da sind schon ein paar Sachen gekommen aber schauen wir mal ich glaube das war jetzt die normalen Spons noch aus der Umgebung ich bin echt gespannt so gerade angekommen es geht schon ab neue Buchstaben das ist das wichtigste Canerga Voltilam auf dem Weg alles mögliche und auch vermehrt Spons das ist krass ja also hier direkt neue Buchstabe ein paar Zuschauer auch schon getroffen schon nicht schlecht aber das wichtigste ist ich brauche erstmal eine Toilette die finden wir jetzt das gibt es hier nicht so was gibt es hier nicht oh mein Gott die direkt neue Buchstabe also glaube ich dass ich die noch nicht hatte hier könnt ihr es sehen erstmal Voltilam Starter auch aber die sind schwer zu fangen Starter echt nicht gut ich mach keinen Erentrieb hier ich mach keinen Erentrieb hier das ist doch zu wenig was denn was denn i ach ja hab ich ja gerade gefangen hast du schon echt ja ich hab doch gesagt neue Buchstaben ja mein Gott tschau tschau was denkt der Vogel wenn ich gerade rede hier so naja auf geht's mein Gott die haben halt und läuft schon oder was wie gesagt die haben halt und läuft schon oder was echt es ist noch nicht mal acht da hin da hin da hin ja mein da ist der Ausgang ist der Ausgang so ist mir bloß hier Moment hängt bisschen hier ja solange der Name da drauf steht ist alles gut ja komm so ja das geht ja schon mal ganz gut erstmal viel Spaß die erste Spange weg es scheint erstmal ganz gut zu funktionieren ja erster Schritt geschafft nochmal sei es gesagt wir machen gleich die Morgen wir können dann reingehen wir sind in den Augenern und geht los nach und beweisen bis jetzt in den Kapitel und noch einmal sei es gesagt in den Typen haben wir die richtigen Karten wie geht es hier lang oh mein Gott die Schlange ist hier überhaupt nicht lang ich dachte die Schlange geht bis draußen entweder sind wir viel zu früh oder oder es kommen gar nicht so viele schau mal so Toilette gefunden und wir sind da auch an den Teamlounges vorbeigegangen kann ich euch später zeigen aber jetzt checken wir erstmal was wir bekommen haben so oh Gott drück mal bitte das hier irrelevant das riecht so das trage ich nicht nein was ist denn das hier ja das ist aber so 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 eine Map sozusagen die zeigen alles hier Events so eine Anleitung go and go walk das können wir behalten und hier der der Code kann ich euch zeigen weil das hier nicht live ist bis dahin ist der schon aktiviert worden oh ein Team Instinct Band oh mein Gott der ist schon angezogen der ist schon angezogen und noch was ein Sticker glaube ich Team Instinct Sticker alles klar das behalte ich das benutzen wir gleich das kann ich behalten das ziehe ich jetzt an ok das können wir wegschmeißen hier auf geht's super wir sind hier bei einem stop der gesponsert ist oder was auch immer wo man sich jetzt registrieren kann so so sieht es aus so warte und jetzt Koyako ok ich bin hier successfully registered hab ich doch gehört und jetzt ok ok oh jetzt kommt die Medaille und die alle stops wuuu mein Gott deswegen das kann ich hier festeignen du darfst hier nicht ausmachen wir haben hier einmal ausgeschalten dann wenn du wieder reinkommst im Zentrum hast du kein Signal alles klar dann gehen wir mal raus gehen ja so fertig gefrühstückt alles geplant während des Frühstücks bereits 100 prozent janera 100 prozent voltilam 100 prozent la vita verpasst kein problem ich hab dir gesagt wenn du dabei gewesen wärst er hätte sie bekommen von außerhalb bis wir zum parkplatz und so sind ist keine chancen auf jeden fall mit den anderen abgehangen Julian shoutout an dich spieler train chilling shoutout an dich sogar reversal ein paar sachen haben wir geplant für später jetzt drehen wir eine große runde schauen wir uns alles mal an und dann schauen wir mal was so geht schon klasse zu sponsern echt krass hier so das war's aber ich hab noch so viel material so viele sachen die ich euch zeigen will aber zuerst erstmal shoutout an Flo unseren Gastgeber ich hätte nie erwartet dass es so cool wird er war so gastfreundlich auf jeden fall fettes dankeschön und danke dass du uns aufgenommen hast Koga hast du überzeugt er war echt am anfang sehr sehr skeptisch dass wir einfach so bei einem fremden pennen aber man soll den leuten vertrauen ich weiß meine zuschauer sind immer korrekt und so war's auch war echt top und auf jeden fall nochmal dankeschön wie gesagt jetzt geht's los ich muss mal schauen wie ich das mache weil ich hab viel material und wenn ich jeden tag ein Video bringe hab ich keine Ahnung bis sonntag oder so material ich probiere es halt bis dahin ist halt das ganze zeug bisschen veraltet und dann kommt natürlich noch das normale zeug von dieser woche was ich halt so jetzt drehen kann und werde sprich es könnte sein dass ich zwei vielleicht sogar drei Videos am Tag mache aber wahrscheinlich so zwei also vielleicht kommt heute noch eins mal schauen wie fit ich bin und ja freut euch drauf das war erst der Anfang es kommen noch coole Momente danke an alle Zuschauer kommt irgendwann später noch in den Videos in einem anderen aber wie immer liken, subscribe, kommentieren checkt die anderen wie es so ab folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter vergesst nicht Pokémon assistiertes Business